Halli, hallo, hier ist wieder euer Dorf Steffen Zack zu einer neuen Folge Let's Play School of Dragons. Ich wünsche euch auf jeden Fall wieder einmal viel Spaß mit dieser Folge. Und ja, wir legen jetzt auch gleich mal los. Aber irgendwie ist hier gerade ein kleiner Bug, der macht hier was er will, lang klitschen. Echt krass, da waren wir hier, der links Drive, der Drive nach links. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich ein kleines Problem, hier, wow. Hier hat es Wasserströmung, hier hat es mich gerade weggefegt. Naja, warum auch noch? Und Helmut in mir fangen. Muss ich noch die Map wechseln? Immer noch klitscht der zu, ich weiß nicht was los ist. Irgendwas ist hier mit der Steuerung etwas komisch. Kann ich sagen warum. Aber irgendwie sparkt der ein bisschen. Ich glaube ich muss noch mal raus gehen und neu reinladen in das Spiel. Sonst komm ich ja gar nicht zurecht. Wenn der immer so einen Drive hat hier und wegdriftet. Alter Schwede. Wartet mal, ich muss noch mal raus gehen und neu reinladen. Vielleicht geht es ja dann wieder. Manchmal behebt das ja solche kleinen Bugs. Ich hoffe es zumindest. Sonst haben wir ein kleines Problemchen mit diesem Spiel. Und kommen nicht weiter, weil es rumpackt. Oh Gott, immer noch. Weil ich möchte das Spiel ungern wieder pausieren wegen irgendeinem scheiß Bug. Wegen einem Bug, der das Spiel fast unspielbar macht. Wie ihr gerade merkt. Das macht es ja echt schwierig. Das kann ich euch sagen. Weil er hat halt immer nach links wegdriftet. Und das macht auf Dauer halt auch keinen Spaß. Wenn der Charakter immer wegdriftet. Warum auch immer. Manchmal muss man... Ja. Das einfach nicht verstehen. Mehr. Mehr. Ach so, ja. Muss ja jetzt mehr gehen. Egal. Das kann ich ja ohne es angeben. Da freut er sich. Wenn ich den das gebe. Ein bisschen hoch hat er immer noch. Der ist nur bis zur Hälfte voll. Momentan. Ich muss hierher, ne? Hä? Was ist das hier? So ne Pfeil. Der Pfeil macht auch was er will. Ja, jetzt. Mal sehen aber, dass ich mit der Angel so ein Vieh gefangen bekomme. Kann gut möglich sein, dass ich die andere Angel brauche dafür. Weil der Lachs wirklich so stark ist wie die schwache Angel. Na gut, dann holen wir sie uns. Wir haben es. Können wir es eigentlich schleißen, die zu holen. Wird ich sagen. Komm, Mist. Mag nicht auch noch du rum, Spielserver? Hast du gerade die Spielenpack oder was ist hier los? Echt krass, wieder mal hier. Und warum geht das jetzt nicht? Ist der Server auch down oder was ist hier los? Kann ja nicht wahr sein. Das ganze Spielspin drum. Der Charakter läuft immer nach links oder rutscht und stirrt rum. Angel kaufen geht auch nicht. Der Shop ist auch verpackt. Was ist hier mit dem Spiel los? Hat doch erst ein Update gehabt. Anfang des Monats. Ende des letzten Monats. Toll. Was ist denn das für ein Scheiß? Geht das nicht? Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb das nicht geht. Das kann ich jetzt gerade echt nicht beantworten. Was mit diesem Spiel los ist. Aber das geht nicht mit denen. Ich brauche die bessere Route dafür. Aber die lässt sich gerade nicht kaufen. Weil irgendwas dieser... Ja. Irgendwas das Spiel gerade rum buggt. Aber ich kann nicht sagen, warum das Spiel so buggt. Der ganze Server scheint einen Bug zu haben. Momentan. Weil... Der Charakter spinnt. Der Shop funktioniert nicht. Weshalb auch immer. Kann ich nicht wirklich weiterspielen. Muss ich wohl... Mal... Für heute wahrscheinlich... Die Folge beenden. Weil wer sieht... Mein Charakter lässt sich auch echt schlecht steuern. Und ich kann euch nicht mal sagen, warum. Und so macht es auch keinen wirklichen Spaß zu spielen. Ich denke mal, das könnt ihr verstehen. Und deshalb werde ich wohl auch mal die Folge jetzt... Äh... Ja... Ähm... Mal beenden. Und werde sie dann... Ich bin auch mal probieren. Also nicht die Folge, sondern eine neue Folge für Mittwoch. Und ja... Ich hoffe dann einfach mal, dass es dann wieder funktioniert. Das Spiel. Was sehr gut wäre, wenn es wieder funktionieren würde. Richtig. Und ja... An der Stelle werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Hoffe ihr hattet trotzdem Spaß beim... Äh... Zusehende Spiels. Das Spielpark habe ich jetzt leider... Oder kam ich leider nicht dazu, über ein Thema zu sprechen. Wie ich es eigentlich immer machen wollte. Dass ich wenigstens ein Thema... In einer Folge bringe. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich wieder ein Thema haben für euch. Wo ich auch hoffe, dass das Spiel wieder richtig funktioniert. Ohne diesen Glitch-Bug. Und äh... Dass ich mir da die Angel kaufen kann. Und es nicht äh... Viel schlägt. Also dann... Da Stefan sagt... Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal von... Let's Play School of Dragons. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bzw. Schönes Start in die neue Woche. Und... Bis... Zum... Nächsten Mal. Bis zum Mittwoch. Und schaut auch gerne mal morgen vorbei. Wenn ihr Minecraft mögt. Also dann... Ciao mit V. Euer Darth Steffen Zockt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.